Okay, wir müssen das Artefakt capturen. Alles klar, das sieht doch interessant aus. Wow, da sind noch mal viele Alarms. Oh, shit! Wait, wait, wait! Okay, okay, okay. Okay, okay, ist er gut, ist er gut! Ich starte ja schon neu. Mann, Mann, Mann. Ah, was ist denn los, Mann? Die sind ja voll übertrieben. Shit, hey. Doch. Na gut. Tch. Die anderen sind so blöd zum Scheißen. Oh, da geht's ja in einem Kreis. Egal. Ist eine Abkürzung. Öh. Wir gucken mal da her. Wolltest du wiederholen? I guess we're in stone age. Please don't be so stupid. Ich weiß nicht, ob sich das gerade überhaupt gelohnt hat. Ich glaube nicht. Das bedeutet mit der größten Schrasse überhaupt, hey. Ach, egal. Irgendwie scheinen da sowieso welche drauf zu verrecken, von daher. Aber warum gleich so viele? Es ist Elefantenkönig! Was der fuck geht denn hier ab? Beschwinde. Okay, okay. Mit dem kann ich wesentlich mehr anfangen. Da ist ab jetzt nämlich Skill. Mit diesen komischen Axtypen, da kann man ja nicht wirklich was machen. Na gut. Beschwinde. Ich glaub so, er ist. Ich glaub so, er ist. Beschwinde. So, okay. Jetzt da muss ich irgendwie... Was macht das Wasser da? Und was hab ich damit zu tun? Wo geht's hier weiter zum Geil? Wo geht's hier weiter zum Geil? Ach, da unten geht's weiter. Idiot. Ich hab mich getäuscht. Ich hab mich getäuscht. Nein! Sei nicht so... So, will ich entfernen drücken? Dann zeig uns deinen Weg. Und verreck dabei. Da, entfernen, du blödes Dreckskind. Mann, äh. Was war das für ne Aktion? Ich glaub's nicht. Habt ihr das gesehen? Also, wenn das mal absichtlicher Verrat war, dann weiß ich auch nicht. Ja, geht doch. Gleich so. Jetzt geb ich mir einfach den großen weg. Das gibt's doch wohl nicht. Oh, das shit, alter. Jetzt lass mich doch restarten, verdammt, man. Dieses Spiel kriegt schon wieder Rekorde in mich aufzunehmen. 2,2. Oh, man. Ich dachte, dieses Drecksviech ist endlich tot. Schon wieder den ersten zwei Mal eine ganze Armee. Mann, Mann, Mann. Die haben sich das sozialisch wieder einfallen lassen. Nein, nicht auf die losgehen. Durch, 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 durch. Kill that shitter. Die ein Motherfucker. Not worth a penny, ey. Der ist Arsch. Elefanten-Ding. Nein! Verreck, verreck, verreck. Oh, ich verkack's wieder, ey. Boah, nee. Cut damit. Nein, 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 nein. Warum haben die so viel Reichweite? Oh, wir müssen kein Lohnfutter werden. Okay, das hat jetzt schon mal gar nicht so schlecht geklappt. Perfekt. Perfekt. Okay, das war schon mal der erste. Darauf speichere ich jetzt erstmal. Oh, man. Okay, so weit, so gut. Der rote Schaum besiegt. Aha. Gucken wir mal kurz, aha. Mit welchem gehe ich jetzt da drauf? Mit beiden. Ihr könnt doch nicht mit drauf gehen! Oh, Mann, ey. Oh, oh, was? Okay, dann guck ich jetzt kurz. Fuck yourself. Oh. Was? Das ist jetzt doch nicht dein Ernst, ey. Junge. Man. Super, dann tue ich jetzt mit denen. Mit denen schaffe ich das da eh nicht durch. Good gosh. Komm, machen wir das jetzt echt nicht anscheinend. Oh, da müssen wir mit denen erstmal alle gelben killen, so. We fucking kill. Äh, was hat der für eine reichweite Sex und ich hab Sex? Okay, also mit denen kann ich da auch nichts machen. Vielleicht bin ich da. Wo geht's eigentlich da hin? Na ja, gut. Können wir wahrscheinlich nicht so viel bringen, das zu machen. Ja, aber da kann man auch nicht anders, denn so viele Termine mit den ganzen Fallen kann man nicht ausweichen, das geht nicht. So schnell wie möglich hier zu kriegen. Ja. Okay, gut. So geht es also. Sehr cool, da ich meinen Später noch hab, kann ich den ja noch ein bisschen weiter machen lassen. Puh. Ah, jetzt erstmal speichern hier. Ah, das ist ganz praktisch. Hey! Oh! Okay. Funktioniert. Schau, dass man spät erledigt hat. Mit dem konnte ich das gar nicht so schlecht erkunden. Hey! Oh! Oh! Und hier komm ich nicht. Komm ich durch. Oh shit, das ist nur fast zu knapp. Oh man. Ja, das sollte jetzt nicht funktionieren. Du liebe Goethe, er nun wieder. Das war mein Skype-Ton. Mist, hab aber wieder vergessen Skype-Off beschäftigt zu machen. So. Ja dann. Okay. Ja, das sollte funktionieren. Aber gut! Okay, weiter geht´s. Interessante Map. Oh, was, was? So, das schaffe ich nicht! Anderer wäre nicht ... HEEEEEEEE! Wer soll denn denn überleben? Das führt's auch zu nichts. Okay also, das ist komplett für den Arsch. Oh ok, muss ich also direkt rausbringen. Ok, perfekt, ok. Die haben wir mit 6 überlebt, das ist perfekt. Jetzt können wir mal speichern, dann kommen wir glaube ich auch bei den einen weiter. Bei den Elefanten. Ok, jetzt auch. Nein, 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 nein. Oh man, ich kriege nur mit 4 die anderen 2. Oh, das ist so eng. Also besser einfach durchreiten. Mit 5. Schneller. Oh, das ist immer so ultra behindert. Oh, das wird jetzt echt spannend. Ich gewinne die 2 gegen ihn. Und er kriegt jetzt Schaden pro Sekunde die 5. Schon mal besser auf meiner Seite, aber... Oh oh. Oh oh. Fäck, ich renne. Das funktioniert nicht. Wow. Ok. Und nun? Hey, ganz rück. Oh. 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 Stehe. Oh. 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 Ich habe so Angst. Natürlich habe ich noch nicht. Super Infinity Shit. Verstehe. Ich habe mir eh keine andere Möglichkeit. Viel Spaß beim Reiten. So viel dazu. Mein Gott, Mann! Nein, ist das übertrieben. Haben die jetzt noch immer so viele Leben? Jetzt nervt er mich auch noch. Du darfst wohl einfach stehen. Jetzt verrückt doch einfach. Stopp nochmal. Wie ist das? Okay, geht doch. Die Mission ist schon wieder so richtig. Boah! Ja. Okay. Okay. So, wenn man wartet, fertig ist. Ich glaube, du auch mal da an. So, so. Nein. So, 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 so. Jetzt geht es doch jetzt auch. Bist du ein Hodenuss, hey. Jetzt geht es auf einmal, ha? Na gut. Na gut. Okay. Okay. Mhm, 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 mhm. Okay. Okay, dann hier. Nehmt das Boot ein. Perfekt. Dann gehen wir hier hin mit den Anhalten. Ja. Ach nein. Erstmal raus. Nein! Halt dich. Das ist echt ne gute Idee. Hmm. Okay. Okay, gut. Hoher. Nein, nicht zu weit. Oh mein Gott, seid ihr dämlich. Boah, ist das Shit. Mann, ey. Oh, dammit. Oh, come on. Gut, jetzt schau ich mal, wie das hier funktioniert so. Okay. Haha, es funktioniert. Hey, 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 ganz cool. Hör mal auf, um zu rennen. Mann, Mann, Mann. Das darf ich irgendwann mal zumal nochmal. Bleibt doch da hinten. Okay. So. Mal wieder heilen. Hör auf, verdammt. Mann, ey. Jetzt langsam der abfüllen sie echt mit dir im ewigen... Oh, jetzt muss ich da wieder hinrennen. Oh, jetzt muss ich da wieder hinrennen. Du kannst dir per der einfach nicht sagen, bleib stehen. Mann. Oh, verdammt, heilen die da einfach. Scheiße. Okay. Nicht folgen. Ah. Ah. Binder. Oh, dann muss ich dich kaputt. Oh. Das ist... Die machen das ja mächtig leicht hier. Der erste Team ist so schwer hier. Ich save das mal. Dass ich überhaupt schon mal so weit gekommen bin, das ist schon schön. Okay, guck mal. Der darf doch jetzt endlich mal da umgehen. Jetzt lockt euch doch nicht. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Echt. Jetzt gehe ich endlich drauf. Ah, okay. Perfekt. Das kann ich dir jetzt holen. Okay, so können wir das, glaube ich, jetzt erleben. Ich habe das erst mal vorstellen können, wie das nervt. Mann, Mann, Mann. Ja, das beweist wieder, wie praktisch diese zwei Priester sein können, ne? Jetzt muss aber doch noch ein Gehalt werden. Okay. Okay. Wer schafft es sogar allein? Okay. Den noch kurz heilen und dann muss ich... Na ja, wie mache ich das eigentlich? Ach, ich convertiere die Katapulte einfach. Ich kann zwar genauso viel ruhig wie die, aber... Aber, aber, ne? Mit zwei geht das. Oh! Die schießt aber schnell. Kannst du mich raten, wir haben es gerade vorher gesehen. Ich habe bitte gespeichert. Warum speicher ich denn nicht? Scheiße, bin ich dumm! Hey, vielleicht schaffe ich es mit drei. Wer macht das Scheiß kaputt, hey. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt gerade verkackt habe oder besser gemacht habe in kürzester Zeit, aber... So wird es immer gelaufen, wenn man frustriert ist. Mann. Scheiße. Age Vampire 1. Mit dem gelegentlichen Schrei, ey. So sieht das hier aus. Kommt heilen. Gut, das Transportschiff haben wir. Dann heilen wir jetzt noch diesen Menschen hier. Heile, 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 heile. Heile, heile, heile. Gut. Dann speichern wir. Und, es ist gut. Okay, jetzt kriege ich erstmal Out of Range, weil... D2. D2. Oh, es hat geklappt, sehr gut. G funktioniert. Uns auch. Ähm. Ja. Okay. Ja, was? Ja, was? Warum stellt sich denn der eine... Warum ist das... Also, das... Das Laufsystem ist so beschützen in eins. Das Laufsystem. Wie die sich bewegen... Oh, das tut richtig weh. Hör auf, da hin zu laufen, woher war. Hör auf, da hin zu laufen, woher war, sag ich nochmal. Hä, ich hab's geschafft. Die eine, grad verrecken. Bisschen rein... Animationstechnisch gesehen. Ah, ja. Falls irgendjemand dieses Video jetzt noch anguckt. Diese... Dinger hier ist, weil... Age of Empire so kleine Plättchen erstellt, mehr oder weniger. Oder halt sozusagen, diese Zahlen haften hier dran, ja. Ja, nein, das ist dadurch, dass diese Zahlen existieren. Ich könnte sie wegmachen. Wegmachen. Ja, dann sehe ich nicht, ob ich aufnehmen. Ach, das ist immer... Ich... Ich weiß nicht, ob ich das... Ob es das Risiko wert ist. Äh... Ja, da hinten gibt's, denke ich mal, nichts. So. Hab zwar nur 5 Platz darin, aber egal. Ich fahre einfach mal den... Plusanplan. Ja. Mal kurz absetzen. Ja. Hier ist also noch nichts. Das Ding einsteigen ist auch nicht gerade logisch. Egal. Du kannst mich auch am Arschlecken. Oh, Jungs. 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 Ach, wie jetzt? Das war die grandiose Idee mit diesem drämlichen Transportschiff, oder wie? Ich hätte einfach zurücklaufen können. Ah, ich hole mal schnell einen Katapult drauf und schaue mir das genauer an. Aber naja, gut. Mit dem Transportschiff kann ich jetzt die beiden Katapult, die mir holen. Das ist nicht schlecht. So wird das Ganze doch ganz witzig taktisch. Ja. Ja. Okay. Das ist ja eigentlich alles so wahrscheinlich aus. Eins, zwei, und dann habe ich hier drei. Okay. Ja, das ist alles ziemlich einseitig. Da gibt es jetzt, glaube ich, keinen anderen Weg. Dann mache ich mich mal zurück zu Orange. Und mache den mal kaputt. Jetzt habe ich meine Katapulte, kann ich hier sogar die Türme von denen zerstören. Kann ich auch meine Arschlecken holen. Perfekt. So ist das also. Hm, so. Das ist ja super. Hm, hm. Ich sehe mir als nächstes kommt. Aha. Hm, die muss ich mit dem Menschen annehmen, genau. Mal sehen. So funktioniert es auch. Also. Hm. Hm. Auch nicht schlecht. Aber ich meine mal wirklich. Dass der mich nicht einfach angegriffen hat und getötet hat und ich stelle schon so ran. Jetzt kält er so bestimmt. Aber jetzt. Aber jetzt. Aber jetzt? Aber er wird vor Katapult getötet. Was? Hey, ich kriege ihn cool. Oh, der ging schön schnell. Okay. Oh, die Dinger sind ja schnell. Wie scheiße. Erzähl. Oh, das ist ja so. Hallo, du willst du den? Das ist ja gut. Oh, der ist ja gut. So kannst du den? Oh, du willst du den? Oh, der ist ja gut. Okay, du bist die Dinger? Komm, yes! Wie useless. Ich warte einfach bis ich wieder Mana hab und nehm dann die anderen ein und heil beide hoch. Oder ich tu mir einfach aus der Affäre ziehen. Hör auf! Ganz sicher nicht! Heilen wir den mal. Perfekt. So eine Folge halt. Und können wir den einnehmen. Yeah! That's how I roll. Okay, hier. So. Jetzt kommen meine... Hier sieht ein bisschen zum einen aus, aber ich kann hier den ganzen Türm mal killen. Ich bin hier mal gespannt, wie es noch weiter geht. Ach, Moment. Ich muss ja erstmal... Dann kille ich mit einem D. Und mit einem gehe ich da runter. So, mal sehen, ob da noch irgendwas dann auf dem Weg ist. Aber ich glaube eher nicht. Das soll es eigentlich langsam gewesen sein nach Gegner. Das ist ja eigentlich ein ganz interessantes Szenario. Eigentlich. Wäre ja nicht so viele Spielfehler hier. So, Spielfehler ja nicht unbedingt, aber einfach Sachen, die in dem Spiel nicht perfekt gemacht wurden. Und ich finde da nicht perfekt... Eher eine Untertreibung. Heißt eine Übertreibung. Okay, jetzt dürfen wir uns erstmal langsam anschauen, wie hier eigentlich der Turm recht der anderen drauf geht. Und zack. Nächster. Okay. 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 Okay, jetzt bin ich da auch noch schön am Holzen. Sehr gut. Hm, hm, hm. Jetzt kann ich hier mal den Weg reichen. Aber das sieht ja nicht aus, als würde da einfach nur eine lange Klippe langlaufen. Rüber kommt man ja da auch nicht. Das ist ein komisches Transportspot. Also... Ja... Ja, das ist wirklich nur für die Katapulte zuständig. 300... 150... Aha. Wie geht das? Ha. Frag ich mich jetzt einfach mal. Und die ist wirklich extrem Szenarieneditor gemacht oder wie der war es? Aber warum sind es beides dieselben Art von Türme? Nur die einen haben natürlich... ...doppelt so viel Leben. Komisch. Eine Attacke haben sie gleich. Na gut. Wir haben es geschafft. Dann lasse ich mal die Elephant Archer vorgehen. Das ist jetzt mein Vorstoßtrupp. Ich habe jetzt eh genug Einheiten. Einheiten brauche ich gar nicht. Vier Elephant Archer sind so gut wie unbesiegbar, finde ich. Das Spiel wollte mir anscheinend gerade echt schnell beweisen, dass ich falsch liege. Geh weg, geh weg. Was ist das? Hah. Puh. Wapp. Wapp. heim konzentrieren. Ja, das war jetzt mit dem Elephant Archer. Sollte das funktionieren. Okay. Den Schiff noch mit darunter. Echt krass, wow. Später gar nicht anfangen, ob die Kavallerie rein sind. Okay, es wird voll geheilt, das heißt, wir können dann bald wieder rein, aber jetzt erstmal. Holy hell. Holy hell. Das ist ja echt krass. To. Oh manne. Hm. Na gut, zu tun gibt es genug. So ist es nicht. So. Ich warte mir immer noch, bis wir meine drei Bogenschütze noch kriegen. Die werden den Unterschied machen, nicht wahr? Weil ich hier schon vier Elephant Archer habe, die ja wesentlich stärker sind. Aber die Gegner da, die sind jetzt echt ein bisschen überträglich. Also da muss man echt schon sehr gut sein für das Szenario, da darf eigentlich keinen Fehler machen. Aber ist das selbstverständlich. Mann. Ich dachte, ich habe durch den Vorteil. Dabei habe ich es dadurch gerade mal schaffbar gemacht, dass ich in dem Spiel die Tricks kenne. Oder halt so. Das kann. Das kann. Ich kann es nicht. Ich meine, ich verkack es ja auch ganz schön. Nein, so. Ich schaff es ja irgendwie. Danach und nach schon. Ne? Naja. So. Next try hier. Okay. Okay. Zwei erledigt. Jetzt wieder weg. Das dauert aber echt lang. Mal sagen. Ich habe aber schon... Ja klar, sehr fast. Jetzt wird es ja noch länger dauern. Was, 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 was? Wow, 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 wow. Der stirbt ja fast. Ey, 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 ey. Warte mal. Du wirst ihn mit uns anlegen, Ja, endlich. Hier können wir helfen. So, wir brauchen nicht ganz so Leute zum Heilen. Oh, die müssen halt zuerst mal ein bisschen warten. Aber naja. Ich kann jetzt einfach mal mit denen ein bisschen nebenbei. Okay. Jetzt wo es nicht mehr so dicht ist. Und wieder weg. Ein nach dem anderen. So muss das sein. Okay, den wieder heilen. Ich glaube, hier sollte es nichts mehr sein. Das ist ja echt die blödesten... Der hat es gecheckt. Puh. Na gut. Nächster. Oh yeah. Ich glaube, das dürfte uns soweit sogar sein. Weil hier kommt nichts. Yeah. Oh. Oh. Ich habe dich gespeichert. Ja, okay. Ich akzeptiere es. Ich bin ein scheiß Vollidiot. Was? Ich habe es so lange nicht gespeichert. Warum bin ich halt vollidiot? Ich muss dieses... Oh mein Gott, bin ich dämlich. Ich pack das net auch mal. Das dauert mir zu lang. Ich hasse diese Scheiße. Ja, ich mache das jetzt kurz allein. Ha. Bis gleich. So. Jetzt bin ich wieder hier. Und... Ich habe aufgespeichert. Ich muss es endlich lernen. Das gibt es nicht. Weil in jedem Spiel halt... Vergisst man es halt immer wieder. Immer wieder. Und immer weiter. Man denkt sich halt einfach... Mann, warum muss das sein? Muss ich so eine Ule nutze? Und dann einfach über weitervergessen zu speichern. Konstant. Ausnahmslos. Schwindet jetzt. Ich kill euch. Oh. Ist jetzt Ruhe? Ist jetzt Ruhe? Du Stück Scheiße jetzt komm her. Ha? Jetzt verpisst du dich nicht mehr. Meine Fresse. Du gehst weg. Du gehst sofort weg. Okay, aber jetzt komm her. Du Stück Scheiße. Du. Wisch. Oh, unbedingt. So, das muss jetzt reichen. Okay. So. Na gut. Als nächstes kommen wir jetzt eh die ins Spiel, soweit ich das jetzt sehe. Wollt ihr bitte alle auf einen Punkt gehen? Mann. Ey, das ist so ein Scheiß, Mann. Diese dämliche Dinge. Es sollt alle zusammenrücken. Verdammt nochmal. Man. Nein, geh doch. Ich hasse die Wegfindung an diesem Spiel, die ist echt schlimm. Soll ich die nicht irgendwie hochdrehen? Ne, die ist schnauf hoch. Hoch. In Anführungszeichen, ey. Ha. Das ist nicht lach. Das nennen die hoch. Das nenne ich minimal. Das nenne ich jämmerliche Wegfindung, ja. Na, komm mal her. Und jetzt wieder verkackt. Ha. Das ist aber schon. Echt? Okay, jetzt habe ich gute Ausbeute gemacht. Das kann ich jetzt akzeptieren. Das hört auf mich zu verfolgen, ihr Drecksteile, ey. Ach, wirklich. Seid ihr so witzig, hä? So witzig. Und jetzt steht er bestimmt wieder hinten drin. In Zeitbekackendreck. Ist mir jetzt egal. Diesmal heilig die hoch. Ich mache mir wieder einen Fehler, beim Reiter hinzugehen. Ich bin einfach zu schwach. Boah, hier ist es später. Vielleicht auch mal kurz. Ich brauche eine einzige Balliste. Eine Balliste muss ich am Leben lassen. Dann habe ich nämlich einen Plan damit. Jetzt, da habe ich dich. Oh, schütt, da sind noch zwei am Leben. Das ist schlecht. Ich konnte es wenigstens mal ein bisschen zurückdringen, ne? Das ist echt ätzend. Die KI von diesem Bastard. Von diesem orangenen Stück Scheiße. Von diesem kleinen Dreckskin. Dech, die kriegt zu viel. Der hat mein Leben verloren. So muss es gehen. Hey, ihr fucking serious, Mann. Verpisst euch doch, ihr dämlichen Scheiß-Elefanten. Kein Wunder, dass die kommen. So, ihr nehmt jetzt einen ein. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Komm her. Es war ja klar, dass er mich one-hit. Und ich muss ihn erladen. Und ich darf hier alles sofort machen. Scheiße, er ist echt super, ey. Oh, der noch. Oh, yeah. Wolltest du dich verfolgen, ne? Ja, dann verfolgt mich. Komm her. Und tschüss, ihr Penner. Das Spiel ist schon close. So. Nummer 1. Dann. Speichere ich. Kein Bock mehr. So, Nummer 2. Ach, die 3 sind viel zu buggy. Und stacken, ey. Ich habe auch einen. Das war ein Fail. Und wieder gehen. Alles klar. Gut. Jetzt habe ich natürlich nicht mal angefangen, die zu heilen. So. Jetzt darf ich das wieder ewig machen. Aber bevor ich das mache, speichere ich nochmal. Muss noch was hinkriegen. Das heilen dauert einfach zu lange, dass ich das jetzt zuerst machen würde. Da hat man einander, da war es ja schon eine bessere Kombination. Schicke ich die erstmal vor. Okay, das dachte ich mir nämlich schon, dass es nicht so einfach geht, weil das Ding total krank ist. Ja, das geht überhaupt nicht anders, als wenn ich das so mache. Wenn es überhaupt so funktioniert, aber naja, so kann ich es einfach so oft ich will probieren. Habe ja Zeit, glaube ich. Du musst jetzt so selten dumm sein und einfach weiterlaufen, du kleines Arschloch, ey. Du kleines Drecksarschloch. Ja. Du bist scheißmönchlich, geh dir jetzt mal einfach. So, verreckt. Und dir spieß ich auf die Lunge auf. Hurensohn. So. Man muss sich meine Wut hier auslassen, ey. Und diese Scheißer sind ja nicht so dumm, ey. Fotzen. Fickt euch. Mann, ey. Die Dinger, ey. Was los? Spasten, blöde. So, auf wen schießt er? Scheiße, man. Reflexe sind ja wirklich sowas von... ...bemitleidenswert. Ja, bemitleidenswert trifft's. Ich soll mal die scheiß Gamespeed runterstellen bei solchen Aktionen. Da kann ich mir ein Gamespeed von Fast, äh, Veril Fast überhaupt nicht leisten. Ich weiß noch, wenn man am Anfang auf normal anfängt, dann merkt man, hey, der Gamespeed ist ja auch Very Fast. Oh, da haben wir erstmal damit zu tun, einen Scheiß runterzudrehen, äh, äh, damit klarzukommen, wie scheiße schnell eigentlich Very Fast ist. Was ist denn das? Guck mal, ich hab die beide da hingeschickt, zur exakt gleichen Zeit. Jetzt wird er wieder getötet werden, eigentlich. Das hat mich getroffen, alter, fick dich. Du Arschloch, Mann, von Spiel, echt. Das Spiel ist so eine Grütze. Mann, ey. Scheiß Programmierung. Scheiß Wegfindung. Verdammte Trottel laufen sowas von bekackt, echt. Der, ihr Weg ist so ein Shit. Oh, Mann, ey. Ich freu mich schon so auf, endlich Age of Empires 2 in dieser dämlichen Kabage. So, nehm ihn ein. Jetzt dürfte den dann greifen, weg. Den. Endlich. Sofort speichern. Ja. Motherfucking. Das war ja jetzt hier. Ah, ich hab die Balliste. Schon mal nicht so schlecht. Mehr als auf die eine Balliste kann man hier, glaube ich, eh nicht hoffen. Vielleicht ist Katapult, aber... Das muss ich nicht übertreiben. So. Die beiden könnte ich da auf 1, dann die wieder auf 2. So. Na du, halt den, ist doch egal. Jetzt kann ich aber auch... Ne, ne. Das ist jetzt so kurz drin, weil ich sehe, wie ich gleich wieder brauche. So, wir speichern jetzt nochmal, was auch mal dieser Speicherstand hier ist. So. Jetzt 1, 2, 3. Das wird uns hier die nächste Übung. Okay. Oh ja, er bleibt stehen. Er bleibt einfach stehen. Er bleibt einfach stehen. Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen, Leute? Er bleibt einfach so stehen. Einfach so... Ah, verdammt. Der Typ rennt hin. Und im absolut, im absolut 100% wichtigsten Moment bleibt er stehen. Und ihr fragt mich, warum ich mich aufrege bei diesem Spiel. Ihr fragt mich, warum ich mich aufrege. Wenn der Hurensohn von einem Bastard, von einem Dreckskind einfach stehen bleibt, einfach so... Um was genau bezweckt der wird? Warum macht der das? Wenn für mich ist die einzige mögliche, plausible Erklärung, dass ich verarschen will, verdammt nochmal, dieses Dreckskind. Ich habe einen Plan B, ich habe einen Plan B, ich heile jetzt mit einem nach dem anderen rein, lasse ich die ganze Zeit gegenseitig abballe und versuche derweil ihren Schiss noch auszuweichen. Das könnte vielleicht besser klappen. Das könnte besser klappen. Vorziehen tun soll ich. Okay, und tschüss. Ja, toll! Das heißt also, im Klartext, wenn ich die Dinger zu weit zurück dringe, dann... Da kommt sowas. Also ich darf sie nicht zurück dringen. Scheiß Katapulte. Warum machen die doch direkt den nächsten Gegner? Unglaublich. Okay, dann schau ich erst, was wäre der obersten hier kill. Hört auf, in die falsche Richtung abzu... Verpiss dich nicht! Arschloch. Da stirbst du. Alter, du kleiner Homo, jetzt verpiss dich doch nicht. Halt, hier will ich halt erstmal dich. Komm, so, tot. Dann dich. Tschüss. Tschüss. Ich glaube, sie stehen. So. Okay, jetzt haben sie geschossen. Jetzt gehe ich weiter. Da kommen, da kommen. Gut, geht doch. So. Die sind ja immer noch im Heilen, hä. Ha. Den Rest kliere ich aus damit. Ne, warte, ich brauche eins von den Dingern. Also, ich hole mir jetzt einen von den beiden Katapulten damit. Das ist eine gute Idee. Und den anderen versuche ich dann zu konvertieren. Dann hätte ich wieder einen Plan. So strategisch ist das Spiel ja super. Nur mit der Weg finden. Damit habe ich mich noch nicht ganz gut zu abgefunden. Ne, gut, das war jetzt. Kein Verlust, von daher nichts Schlimmes. Fahr zurück. Scheiß KI, lass dich wegfahren. Na? Gut. Was muss hier eigentlich nicht gerade geheilt werden, hä? Die Ballista. Die Ballista ist perfekt, um mich nicht auszuschalten. Ja, da weiß ich echt, warum ich die mir geholt habe. Äh, ja. Die ist allgemein recht gut für die nächste Stage dann. Aber ich hätte jetzt doch gerne das Katapult. Deswegen, kurz speichern. So. Jetzt gehe ich kurz vor. Das kann ich auch im Game-Setting schnell machen. Ah, naja, ich finde ja eigentlich diese Camper-Maps nicht so schlimm. Abgesehen davon, dass ich vergesse, wenn man vergisst, speichern kann, das ist dann natürlich schon schlimm. So, ich muss jetzt schauen, dass die Geister dich anfangen zu konvertieren, dann weiß ich nämlich, dass ich nicht mehr jetzt abschließen soll. Ich habe sie jetzt so zwei Minuten weiterlaufen lassen, aber scheiß drauf, ey. Hauptsache, das Spiel macht sich richtig geil. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, du Dreck-Spiel. Hier eine komplett unlogische Wegfindung, er versucht erstmal in die Klippe reinzulaufen. Unsere Männchen haben Selbstmordkomplexe. Jetzt lauft sie nicht genau wieder so dämlich wie gerade eben. So, stehen geblieben. Jetzt speichern wir nochmal, damit ich mir nicht jemanden an diese Scheißstrecke geben muss. Und los. Dummer, dass das Dreckskatapult anscheinend mehr Reichweite hat, als man die Männchen. Okay, lauf mal weiter und jetzt. Oh, too fucking great, man. Dummes Arschloch. Setz dich jetzt nicht einen Moment früher. Nee, nee, er muss ihn erst treffen, weißt du. Jetzt habe ich meine Befriedigung und jetzt kann ich konvertiert werden. Du dummes Stück Scheiße von einem Katapult hin. Nee, jetzt muss der hängen. Jetzt muss er hängen. Jetzt muss dieser dumme, dreckige, verfickte, verfickte, verkackte München. Scheiße, ey. Nochmal eine Free-Dy-Round für euch, ihr Bastard, ey. Einfach nur, weil es mir gefällt, ey. Weil ich es einfach wieder laden kann. Und nochmal eine Runde, ihr Spacken. Ja, ja, damit habt ihr jetzt nett gerechnet, ne. Doppelrunde Schmerzen. Für eure Dummheit. Für eure Unfähigkeit zu laufen. Einmal laufen, ey. Endlich, na, 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 und schnell weg. Okay, super. Okay, jetzt kann ich hier mit einem vor. Okay, kann nicht hochhalten. Alles gut, speichern nicht, dass ihr gründlich noch überlegt, dass ihr jetzt hier anfangen muss, rumzulaufen. Boah. Boah. Guck mal, guck mal. Jetzt nicht weiter, verstehe. Ja, die Katapulte natürlich auch. Das ist jetzt sogar ein bisschen mehr Reichweite, das ist cool. So. Kann man sagen, die Frontaktion mache ich mit den Geschichten. Weil ich da ordentlich reinhau. Obwohl, ich brauche ja nur die Priester zu erledigen damit. Und die nehme ich nicht. Anfang auf die Idee zu kommen, irgendwas mit zu konvertieren. Jetting. Jetzt wird noch nicht entdeckt. Ich muss da einfach beziehen. Schwindel. Nicht da hinschießen, wo ihr entlauft. Oh. Okay, ich sehe schon. Die komplett weg. Komplett. Ist doch alle voll. Wertet sich. Sind die schon alle voll. Okay. Ja, egal. Es geht ja wohl damit besser. Komm. Und zack. Wohl. So. So. Jetzt probiere ich nochmal. Stopp. Jetzt habe ich gerade mal ein paar Einheiten. Okay, soll ich speichern? Diese Scheiße. Schaffe ich mir es vielleicht endlich mal zu merken. Ansonsten in dem Spiel brauche ich es ja immer nicht. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah. Schwindel. Das ist genau wie ein Mensch. Cool. Okay, passt. Yeah. That's how you rolled it. So. Und dann kann ich einfach da meine Elephant Archer einbringen und alles abnetzeln. Perfekt. Scheiße, das ist ja immer noch zu viel. Zurück zu Papa. Okay, gut. Wow, das ging ja gerade noch so gut, hey. Fast hätte ich den verloren. Ich kann nicht mehr. Das war's. So. Alles ein Stückchen nach vorne. Erstmal speichern. Das ist geschafft. Okay. PS. Die Zahlen, die ihr oben seht, die sehe ich sogar, wenn sie gelb sind. Ist mir gerade eben aufgefallen, dass ich das Spiel gespielt habe bis zu dem Punkt, wo ich wieder gestartet habe. Wir sind also immer da. Keine Sorge, das ist nicht nur wegen dem Video. Habt ihr dich nur im Video. Was gucke ich jetzt am besten vor mit dem Ding ist an der meisten Sichtweite. Es war ganz gut, dass wir das geholt haben. So, sind die eigentlich? Zehn. Verstehe. Okay. Mal sehen, was jetzt auf mich wartet hier. Okay. Aha. Transportschiff. Zucker. Aber es gibt ja auch einen Weg rüber. Wo führt der hin? Erstmal, aha. Ah. Okay, da haben wir ein bisschen Kavallerie. Kavallerie und die Geschichte. Äh... Dafür sind eigentlich die Elephant Archer wieder recht angenehm, denke ich. Einen Katapult kann ich mit denen holen und dann ist die Kavallerie eigentlich auch kein Problem, oder? Oder soll ich lieber... Oder soll ich lieber... Äh, ach so. So, das erstmal komplett aus der Affäre ziehen hier. Wo kommen wir? Das ist einfach nur mal für mit der Sicht hier dran. Mal zurück hier. Mal zurück. 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 geschafft habe ansonsten ich habe genug einheiten als dass ich nicht ein großes problem daraus machen müsste es jetzt aha das ist doch super habe ich mir den scheiß konvertiert normal alles so schön war und okay so jetzt kommt das ganze mit ins spiel hier halt unsere guten alten mal wieder hoch ich hier mit dem katapult darauf kommt das ist ja komisch wollte es einfach nur kuschel oder wollte es auf aufladen gut aha balliste nee warte attack ground und zwar daneben der beste trick überhaupt zack kaputt au ruhe jetzt zack zack ok dabei halt ihr den hoch so weg da passt du lädst hier ab perfekt so hier können wir jetzt einmal wieder speichern das ding hat noch keine lebendverläufe daher muss ich noch nicht zurück zum heilen mal schauen was geht denn hier los schulde what you gonna do hey der attack ground trink ist wohl am besten so ein bisschen äh gleich mal die hotkeys dafür leeren so na fängt das auch noch mal zu lenken hier komm geht doch das spiel kann sich nicht entscheiden zwischen einem 10er ping und einem 1000er ping äh ping fps 10 fps 1000 fps gerade hier spiel nicht ganz entscheiden ja das nächste ich darf nicht auf einmal oh das war ja mal richtig knapp ok und ich krieg' hey what the hell hey whatever fun wau what the hell mach du sowas hey der vitsteuer hat dich erwischt Nach der ganzen scheiß blöden Klickerei erwischt mir dieser Wichser das Ding auch noch. Ah, das hab ich noch gut. Ja gut, das heil ich jetzt hoch. Das geht nicht. Tschüss. Genau. Tschüss. Das ist halt... So. Kann ich das hochheilen? Alter, was macht's hier denn? Ich hab das Ding nicht hochheilen, ich hab das so eintransportiert. Ja gut. Oh Mann, ey. Hier verliere ich jetzt bestimmt, weil ich mein Transport-Boat verliere. So eine Scheiße. Die Dinger sind zu perfekt zum Einnehmen, wenn ich's mir recht überlege. Die nehm ich lieber ein. Ich mein gut, ich kann's hier zwar sehr leicht zerstören mit dem, aber einnehmen ist ja noch besser, dann hab ich's ja. Andererseits hab ich ja schon nur Katapult. Vielleicht noch ein paar Ballisten. Aber Ballisten würde ich noch ein... ...einnehmen wollen. Guck mal, jetzt haben wir's ja eh bald geschaffen. Ich hab nur noch diese Stromschnellen ein bisschen mal, auch wenn sie eher seichte Schnellen sind. Ja gut, da drüben mal nix. Soll ich abwärtsen können eigentlich. Wenn ich muss jetzt direkt wer aufladen. Aha. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Guck mal, was da uns so erwartet. Okay, noch hinter's gewisses war. Na gut. Ja, so ist das also. So ein Scheiß. Ja, jetzt komm her. Oh, ein Schiss. Penner. So, noch mal. Was so schön war. Oh, ist alles verpisst. Feiges Stück Scheiße. Das ist dann nur die Feigesstück Scheiße, die wir kennen. Ja. Das macht ihr super. Was für eine Auflade-KI. Wenn nicht, dann würde ich das jetzt so ewig so weitermachen. Jetzt wird's aufgeladen. Verdammt, Logic. Genau das weiß ich mit Scheißspiel. Daher geht es aber total schlecht noch gemacht. Das ist total primitiv. Der steckt noch in seinen Kinder-Socken. Oh. Junge, Junge, Junge. Pff, pass es bald, ey. Oh, lach. Cool. Holla. Boah. Stressig wie noch was. Gucken wir mal, was da oben rumhängt. Aha. Scheiße, ich soll es nicht direkt angreifen, dann geht es nochmal weg. Nicht angreifen, nicht angreifen, nicht reingehen. Du musst genau hier hin jetzt sein. Schuss jetzt. Ganz schön normal, ganz schön, ganz schön, ganz schön. Perfekt, perfekt, weg. Ja, yes. Ja. Okay. Perfekt. Der two hitted this. 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 So ein riesiges Katapult two hitted. Oh, Junge. So. Okay. Asch, jasch, jasch. So. 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 Oh, Mann, ey. Nochmal speichern, immer schön speichern. Jetzt habe ich es nämlich wieder vergessen. Jetzt habe ich so weit, haben wieder alles verkackt, weil ich nicht gespeichert habe. Das ist echt richtig. Marik. Vor allem. Ich glaube, ich kann nicht gelöhnt werden. Ich werde ihn ja eben gleich da absetzen können. So, müssen wir es nicht kriegen. Aber wo willst du denn hin, ne? Hat es mir nicht in den Kopf. Ich weiß noch was da noch was ist. Ich weiß noch was da noch was ist. Warte. Das ist halt so behindert. Ich könnte nicht mal den Scheißer aufladen. Dabei wäre es wahrscheinlich noch so einfach zu machen. Ich meine, einfach nur wenn er in die Nähe kommt, dass er dann das Boot betritt. So schwer ist es bestimmt nicht. Naja. Ich sage das so leicht. Ich sage das vielleicht so leicht. Ich muss das Spiel ja wahrscheinlich auch nicht programmieren. Okay, jetzt macht er sich wieder vom Acker. Moment mal. Ja, bitte treff, 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 treff. Yeah. So ist es. Gleich. Kommen jetzt wieder dein Leck, oder? Na super. Ja, 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 jetzt spinnen die FPS wieder. Da seht ihr, was für ein Bullshit da gerade passiert ist. Wenn die FPS-Begrenzung das Spiel total zum Abkacken bringt. Heute. Naja, gut. Ohne FPS-Gegrenzung würde Fraps tausbilder sie Sekunde aufnehmen. Schwul. Schwul, schwul, schwul. Ich habe geladen, gespeichert. Bin ich ganz so schwul. Also weiter. Im Text. Macht da wieder vollkommenen Bullshit. Ja, rammelt euch nicht. Mach rein. So. Ende. So wieder raus, wieder. Gut, der war's. Weiter. Die Experience hier. Perfekt. So. Stehen bleiben. Speichern. Okay, ja. Und dann wieder die Geschichte. Wo wir machen? Na ja, genau hier. Gibt's noch nichts. Deswegen. Die hier drüben. Scheiße, der ist zu schnell, Mann. Ja, der Computer ist halt einfach normal. Oh ja, bloß nicht speichern. Gut. Du hast gewonnen. Ich werde dich einfach nur kill, du Drecks-Teile. Und konvertiere dich nicht. Ich meine, ich brauche das wahrscheinlich eh nicht. Die blöde, unnötige Scheiß-Balliste da. Das kann auch anders. Ach, scheiße. Nein, nein, nein. Weder noch. Jetzt. Zack. Gut. Dann der nächste Space ist hier. Ja, der verspeichert ich aber noch mal. Ich lasse den abladen und dann ungefähr tot. Und dann muss ich die Scheiß-Balliste noch mal machen. Ah, jetzt. Ist aber genug. Ja, ist aber wirklich genug hier. So. 3, 3, 3. 1, 3, 3. Das sagen meine FPS hier. Hey, hey, hey. Ich werde ja nicht wirklich übermütig. Holy hell. Ach, jetzt kommen sie halt gleich so weisch. Blöde Arschlöcher. Fickt euch selber. Ja, ja, ja. Immer so viele Kraftausdrücke, aber... Mein Gott, ey. Okay, hier. Ich meine, hier ist ja tote Hose. Probierst du von mal da hin. Schau mal, was mich da so... Was ist mir da so offenbar hat? Ist mir auch scheißegal, dass es den kaputt geht. Ich habe noch eins. Ha, ha. So. Was macht der da überhaupt? Ja, fahr weg. Will nichts bringen. Und speichern wieder. Auch mir so übertrieben viele Gegner wohl sind. Was der Speicherstand ist, die DSD wohl mal war. Ich weiß nur, dass eins, weil mein Let's Play war. Ist ja klar. Okay, hier gibt es also nichts mehr. Zusehen. Dann mal hier schauen. Na ja, wir sehen schon. Sogar zu einfach will der es mir jetzt nicht machen. Fick dich, da war schon einer. Okay, so, jetzt hier drüber. Perfekt. Scheiße, lebt ihr doch. Geht doch, hätte sowas zu tot sein. Super. Woohoo. Mal schauen, dass mein Transportschiff nicht verreckt. Warum ist das mein größtes Problem? Ach, super. Toll. Great. Na, 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 na. Haben wir es jetzt bald wieder. Ach, du Scheißspiel jetzt. Diese Scheiße ist echt zu platzen, Leute. Zack, weg mit dir. Mann, 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 ey. Hör da einfach zu lecken. Ach so, was schon wieder. Tschüss. Ja, mit dem Transportschiff, wenn man da weisschen tricksen kann, dann ist es auf jeden Fall nützlich, denke ich. So, weiter geht's. Du musst dich schon aufladen. Oh, Mann. Ja, gut. Das ist kein Instacaber. Jetzt erstmal eine ganze Weile zurück hier. Wieder da hin. Na ja, hier habe ich ja immer noch diese Geschichte am Laufen, oder? Oder ist hier... Der hat das erledigt, okay. So. Jetzt haben wir es mal dazu. Und was hat er jetzt so zu sagen? Interessant. Ja, finde ich auch. Gut, da können wir ja wieder gehen. Wenn ihr derselben Ansicht seid, wie ich. Okay. Na ja, bald haben wir es ja. Ihr seht ja nur noch die Insel da oben. Und die Insel ist dann natürlich die Finale-Insel. Aber, äh, das sind viele Ballisten. Und, äh, hätte ich kein Katapult eingenommen. Und keine Ballisten, äh, also... Gut, ich hatte ja die zwei Katapulte da, aber trotzdem, ich hätte es eingenommen, wäre das, glaube ich, sau schwer gewesen. Ne, gut. Andererseits mit dem, äh... Mit dem Ab- und Auflad-Trick geht das eigentlich schon ganz gut. Oh, scheiße. Das ist mir ja schon zu weit. Aller, fahr doch nicht ganz drauf, Mann. Fährt komplett auf die ganze Insel und meint, dann ist es kein Platz. Ja, not close enough. Fährt drauf und sagt not close enough. Ah. So muss es gehen. Ja, hallo? Wohin guckst du denn? Zack. Und... Safe. Okay. Super. Da sollte keiner mit Lungen... Da. Geht's weiter. Ja, er war sackt. Okay, und er ist tot. Der ist tot. Mit dem Tee ist super. Da kriegen die nicht ihren Ausweichding. Er hat einfach mal Attack Ground oder direkt neben sie drückt. Super Trick gegen Ai allgemein. Das kann man viel zu leicht laden, dass sich das lohnen würde, zu heilen. Okay, so. Let's see. Okay. Müssen ich den scheiß da abladen. Oh shit, oh shit. Oh, wieder ganz schlecht. Lade dich ein. Geh weg. Super. Hast du schon toll gemacht. Hast du richtig schon angelockt? Kannst du ja nicht mal auf Passiv stellen, naja. Und jetzt mach bloß nichts, was ich dir nicht sag. So, perfekt. Komm, 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 komm. Ah, das hätte noch einer mehr sein können, ne? Ja. Wird's halt. Okay. Schade. Das wird jetzt echt schwer. Jetzt speichere ich nochmal ab. For good measure hier. Puh. Boah. Das war... Oh, gekonnt. Okay, gut. Das sollte das Ganze auf jeden Fall mal einfacher werden. Zack, und zurück. Passt. Zurück. Passt. Safe. Ja, aber jetzt will ich wieder stundenlang rammeln. Ja, ja, okay. Geht doch. So. Abladen. Und lasst das Ding hier kaputt machen. Ich bring jetzt mal die restlichen Einheiten da mit. Perfekt. Perfekt. Und noch den hier. Gut. Gut. Dann machen wir weiter. Oh, oh. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Abischt. Oh, puh. Abischt. So, ist das wieder gut. Puh. Okay, weiter geht's. Die one-hitten mich. Foul overpowered. Shit, die Dinger sind ja nicht krank. Oh, Mann, Mann. Ich will mich leisten, dass die Leute auf mich losgehen. Von daher kann ich nicht abschießen. Na, weiter. Wieder weg. Tschüss. Safe. Okay, ja, alles klar. Ähm, abladen. Done. So, hier hatte ich mit Auflagen. Eigentlich scheiß ich auf die Kompositionsbogen schützen, aber naja. Machen wir es einfach. Ich tu es einfach so. Bin kaputt. Gut. Es wäre dann vielleicht ganz sexy, wenn ich die mit dem, ähm, Preestyle lebe. Okay, jetzt auch. Au, au. Und tschüss. Oh. So geht das. Perfekt. Es könnte nicht gute Idee sein, die mit dem Priester einzunehmen. Perfekt. Ich bin auch noch richtig schnell in Sternen. Oh ja, geil. Ich habe gewonnen. Wuhu. Gewonnen. Yay. Geschafft. Was für eine Mission. Ich bin auch noch nicht. Ich bin auch noch nicht. Ich bin auch nicht. Vielen Dank.